Ananda Guru Om aus dem Sanskrit ist unser Leitspruch während dieser Ausbildung. Was übersetzt heißt, Freude sei dein Lehrer, deine Lehrerin. Mein Name ist Johannes Gosch. Ich bin der organisatorische Leiter dieser Ausbildung. Ich darf das zusammen mit Doris Kollmeier machen. Doris Kollmeier hat die fachliche Leitung, ist schon seit vier Jahrzehnten im Yoga tätig und ich kenne keine in Österreich, die mit mehr Gruppen und Menschen gearbeitet hat in diesem Bereich. Was uns wichtig ist in diesem Lehrgang, ist die gegenseitige Wertschätzung, das unterstützende Miteinander, der vertrauensvolle Umgang mit unterschiedlichen Themen und vor allem auch die individuelle Betreuung. Das heißt, dass wirklich da auf jeden Einzelnen im Kurs eingegangen wird und vor allem auch, wenn es um Indikationen, um Kontraindikationen geht und vielleicht die Einschränkungen auch, die in unterschiedlichen Bereichen da sind, oder auch die Potenziale, die da sind, dass man die entfalten kann. Und dass man wirklich diese Yoga-Philosophie, die sehr viel bringt in Sachen Wohlbefinden, Gesundheit, dass wir die auch im Kurs miteinander leben. Uns geht es im Kurs, dass du dann schöne, angenehme Yoga-Einheiten gestalten und leiten kannst und auch wirklich da auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen kannst. Wir würden uns sehr freuen, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Danke!